Paper Monsters ein nettes kleines iOS Spiel was eine Erwähnung durchaus verdient hätte dieser erfolgt hier aber allerdings nicht es geht um den Icade Support von dem Spiel, den es gar nicht hat und jetzt wird es interessant wir gleiten ab in den Bereich Jailbreak es geht um eine Anwendung die heißt Blutroll ein Zusatzprogramm das man sich für 7 Dollar im Studio Store nachrüsten kann und was den Joystick und die Knöpfe auf das jeweilige digitale Pad münzt, mappt, wie auch immer man das ausdrücken möchte ihr verknüpft über ein Bildschirmfoto was ihr vorher von dem jeweiligen Spiel macht, die Knöpfe und den Joystick an die richtige Position im Spiel die Pad Spiele sind wie gesagt ideal, weil dann lassen sich die kleinen Buttons zielgenau anbringen Sonic hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert das grandiose Paper Monster wie gesagt Paper Monsters heißt es Titel wie GTA 3 beispielsweise nicht so doll ja und dann hat man die Controls an dem an dieser Bluetooth iCade und kann damit die Spiele spielen wie gesagt es ist eine Jailbreak ab ist von dem Entwickler der uns auch die Wiimote beschert hat Matthias Ringwald eine sehr, sehr nette feine Erweiterung die ja non iCade Spiele iCade tauglich macht hört schirm ströpfe wieder die Esto ist schirm Ce